Herzlich Willkommen zum 14. Stream von Hamburg Stream. Was Sie heute Abend leider nicht sehen können, es steht ein riesen Lkw, ein 12,5 Tonner, vor dem Studio und die gute Nachricht ist, es haben alle Instrumente hier ins Studio gepasst. Um nicht nur das, sondern auch dem musikalischen Feuerwerk heute Abend gerecht zu werden, haben wir für Sie die Option eingerichtet, kleine Spenden auf www.hamburg.stream zu hinterlassen. Sie können dort ein Kaltgetränk für die Musiker kaufen oder sich ein digitales Konzertticket erwerben. Nun übergebe ich das Mikrofon an Christoph Schweitzer, dem ersten Vorsitzenden der Jazz Federation, die auch gleichzeitig der Träger dieses wundervollen Projektes ist. Ja, genau, Stream Nummer 13 haben wir hinter uns. Wir haben ganz vergessen, dass es der 13. war, es ist wunderbar, jetzt ist es der 14. heute und wie Clemens schon sagte, nach der Minimal-Ausführung letzten Samstag haben wir gedacht, okay, diesmal mal maximal und es hat wirklich nichts mehr Platz in diesem Studio. Lasst euch das nicht hingehen, bis ihr alles gesehen habt, was es zugehen gibt. Den Rest erzählt euch Wolf Kerscheck. Ich freue mich sowas von, diese Musiker hier im Studio zu haben. Ich muss leider eine kleine Hintergrundgeschichte erzählen. In den 90ern, da habe ich mal Jazz studiert und damals gehörte sich das nicht mit den Schmuddelkindern, den Jazzern, irgendwas zu tun zu haben, bis auf ein paar heroische Schlagwerke. Und das führte so weit, dass mein Abschlusskonzert haben wir gemeinsam bestritten, mein Antrittskonzert als Professor haben wir gemeinsam gespielt und wir haben auch unsere Feuertaufe mit Trilog-Gurto gemeinsam bekommen und es ist eine unglaubliche Freude, diese großartige Musik heute Abend hier zu haben. Elbtonal. W康るgeblend Qurpe. Das ist eine starbemilene Eigenesysteme. W tanker genteuer. Das brauch hat mir auch eine kleine kleine Show, Moss, Coach und mich sehr wichtig это unsere Feuertaufe als Professor. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Es ist hier, 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 hier. Feel it, feel it, feel it, feel it. Your mind expands beyond these moral characteristics of your concepts of right and wrong. It was like I was caught in something that I had no control over. Ich hätte absolut keine sagen sollen, was ich passiert. Das ist nicht so. Der Mann, der ich mich verletzt, hat mich verletzt. Ich habe ihn verletzt, bevor er mich verletzt hat. Ich habe ihn versucht, aber er hat mich verletzt. Obviamente, er ist der Mann. So... 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Everything coming down through you and moving. The view of the world from someone else's eyes is far, far weirder than you think. The view of the world from someone else's eyes is far, far weirder than you think. The view of the world from someone else's eyes is far, far weirder than you think. The view of the world from someone else's eyes is far, far weirder than you think. The view of the world from someone else's eyes is far, far weirder than you think. The view of the world from someone else's eyes is far, far weirder than you think. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018